Ruf Basti an. Ich rufe Basti mobil an. Hallo? Hi. Hallo. Wie geht's dir, Bro? Alles cool? Basti ist nicht da. Achso, spreche ich mit seinem kleinen Bruder? Ja. Ich würde gerne mit deinem großen Bruder Basti sprechen. Kannst du ihn wieder bringen? Basti. Geh mal hoch zu dem. Hallo? Jo, Basti, was geht? Jo, was geht ab, Mann? Jo, war gerade dein kleiner Bruder drin, oder? Ja, ja. Seit wann hast du einen kleinen Bruder? Wie heißt der? Ja, egal. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Bro, was geht, Digga? Bist du schon ready? Ja, ich bin jederzeit ready. Also, ich bin direkt da. Ja. Okay, fresh. Ich warte dein Team-Speak, du ziehst mich? Jo, mach ich. Nein, dope. Bis gleich, Bruder. Jo, jo, ciao, ciao, ciao. Jo, 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 jo. Weiß ich nicht. Hart. Rose. Tau.